Aufs Glatteis führen und ich muss sagen, weil ich keine Distanzierung bisher von den Linken und von der SPD gehört habe. Also das finde ich unmöglich, dass jetzt die DDR gleichsetzt mit dem DDR-Unrecht in 40 Jahren mit dem freiheitlichen Parteiensystem, was wir in Deutschland haben. Sie lassen sich mit einem schmutzigen Trick von der AfD. Dieser Ausschnitt wurde aus der Mediathek entfernt. Anne Will und Alice Weidel und Kevin Kühnert im Gespräch. Ein Special-Gast, der mischt sich auch nochmal in die Diskussion ein und ich kann dir sagen, bevor wir uns dieses Interview los ansehen, ist meiner Meinung nach einfach klar, was hier verpusht werden soll. Immer wenn Alice Weidel einen brillanten Auftritt hat, finden wir komischerweise solche Videos nicht mehr in der Mediathek und komischerweise immer dann, wenn sie eher schlecht davon kommen, obwohl das relativ selten vorkommt, dann ist es natürlich überall noch vorhanden. Deswegen holen wir das nach. Wir mussten lange suchen, wirklich sehr, sehr lange, um diesen Ausschnitt zu finden und ich sage dir, es lohnt sich, diesen Kanal zu abonnieren. Hier haben wir täglich solche Interviews. Auch eine Aussage hat mich besonders fasziniert, denn gleich am Anfang bringt sie auf den Punkt, warum die Ampel oder eben auch die aktuellen Politiker einfach auch das verschweigen, was sich viele Menschen in Deutschland denken. Alleine in Thüringen wird der Wählerwille doch komplett mit Füßen getreten und alleine auch der Gesichtsausdruck von Kevin Kühnert, der ist Grund genug, sich dieses Videos anzusehen. Alleine auch da merkt man, wenn sein Gesicht immer wieder sich verzieht oder irgendwelche Verzückungen und Verkrampfungen hat, dann hat man anscheinend das Richtige gesagt. Wie immer Daumen nach oben geben und bevor es gleich losgeht, schreibt mir in die Kommentare, meinst du Alice Weidel wird die nächste Bundeskanzlerin? Ja oder nein? Und dementsprechend starten wir mit dem ersten Part. Auch unser Wahlversprechen in Thüringen und auch bundesweit Rot-Rot-Grün zu verhindern. Und jetzt müssen wir einfach nochmal zurückgehen und einfach mal schauen, was eigentlich passiert ist. Da wurde ein Ministerpräsident demokratisch gewählt, von demokratisch gewählten Abgeordneten. Und dann kommt die Kanzlerin und sagt, man müssten diesen Wahlgang rückgängig machen. Mit Zuhilfenahme der Oppositionsparteien im Thüringer Landtag, mit den Medien, mit dem linken Mob, der auf die Straße gegangen ist. Ich habe bis heute keine Distanzierung gehört. Ich habe, weil ich keine Distanzierung bisher von den Linken und von der SPD gehört habe, als man Kemmerichs Familie und das Haus belagert hat. Der arme Mann stand unter Polizeischutz und wurde so dermaßen psychologisch als auch politisch unter Druck gesetzt, dass er zurückgetreten ist. Und dieses ganze Gehabe, die demokratischen Parteien, das hat man in der DDR im Übrigen auch gesagt. Die DDR hat sich ja auch eine demokratische Verfassung gegeben. Also das finde ich unmöglich, dass jetzt die DDR gleichsetzen mit dem DDR-Unrecht in 40 Jahren, mit dem freiheitlichen Parteiensystem, was wir in Deutschland haben. Also da muss ich echt sagen, jetzt eskaliert es komplett. Es kommt gleich zum Wortaustausch zwischen diesen zwei Personen. Und ich finde, alleine dieser DDR-Vergleich, was ist es denn bitteschön, was wir aktuell sehen, wenn das Bundesverfassungsgericht mittlerweile Leuten hinterher spioniert, eine vom Staat finanzierte Organisation, das korrektiv irgendwo was abhört, mit bespitzelt, irgendwelche Gespräche aufzeichnet und sonst welche geheimen Recherchen hier stattfinden. Also es geht doch nicht offensichtlicher. Und diese Parallele zur aktuellen Zeit ist ja deswegen so erschreckend, weil natürlich die Mainstream-Medien, immer wenn irgendwer rechtsradikal ist, weil er eine andere Meinung vertritt, dann wird immer vom rechten Mob gesprochen. Aber den linken Mob, also teilweise bei diesen Demos gegen rechts, waren dabei Plakate, das musst du dir mal vorstellen. Gerne mal deine Meinung zu den Demos gegen rechts in die Kommentare, wie du dazu stehst. Aber da waren Plakate mit ganz krassen Aufrufen gegen AfD-Politiker. Ich meine, gab es nicht das damals auch, dass man gegen gewisse Minderheiten oder Mehrheiten oder zumindest Personenkreise so krass gehetzt hat? Also ganz ehrlich, für was stehen die da denn eigentlich ein? Nützen die das eigentlich nur aus oder nutzen die das eigentlich nur aus, dass es ihnen in die Karten spielt, dass sie jetzt vermeintlich eben gegen rechts auf die Straße gehen? Viele sagen, die, die da mitdemonstrieren, wurden einfach nur instrumentalisiert und getäuscht, weil der eigentliche Skandal über das Geheimtreffen mit dem Wort Deportation wurde ja mittlerweile als Fake News entlarvt. Hat ja die Korrektiv-Chefin sogar selber zugegeben, dass nie von Deportation die Rede war. Aber, und jetzt kommt die weitere Eskalation, wie man Teil nicht vergessen und vor allen Dingen den Kanal abonnieren. Den Wählerwillen in Thüringen von 25 von einem Viertel der Wähler stimmen. Das haben Sie aber auch getan, Frau Weidel, wenn die AfD Herrn Kemmerich wählt, ignoriert Sie in beispielloser Weise den Wählerwillen der Thüringerinnen und Thüringer. Der hatte 5 Prozent und den Mann machen Sie zum Ministerpräsidenten unter Vorspielung falscher Tatsache. Sie bieten, pardon, einen eigenen Kandidaten auf, den Sie geschlossen nicht wählen. Der keine Chance hatte. Im ersten und zweiten Wahlgang stand die AfD geschlossen hinter diesem Kandidaten. Und im dritten Wahlgang war es zu entscheiden, Herrn Ramelow zu wählen oder einen bürgerlichen FDP-Kandidaten. Und dann hat man einen bürgerlichen FDP-Kandidaten, um die Chancen auch mit zu erhöhen. Und wir haben uns für den FDP-Kandidaten entschieden. Für mich eine absolut richtige Entscheidung, die die AfD-Fraktion in Thüringen geschlossen hat. Und man muss einfach dazu sagen, es ist jetzt noch weiter eskaliert, aber vorher machen wir mal einen Cut. Während die AfD zumindest mal auch den Mut hat, selber sich einzugestehen, dass der eigene Kandidat vielleicht nicht die Chancen hat und sogar auch dem Gegenkandidaten diese Macht verleiht und sagt, hey, mach du das lieber. Finde ich persönlich, ist es doch wesentlich besser, als wenn die Grünen oder die FDP verzweifelt am Regieren sind in einer Ampelkoalition, wo man merkt, das fliegt alles denen irgendwann sowas von um die Ohren. Aber sie machen weiter wie bisher. Die Rücktritte, wer ist denn zurückgetreten? Ich glaube, André Scheuer war der Einzige, der jetzt gesagt hat, er wird nicht mehr antreten. Auch dazu findest du die Blitzmeldung hier auf dem Kanal zu den Hintergründen. Aber ansonsten ist das doch meiner Meinung nach sogar ein Vorteil, dass man eben auch sich manchmal eingesteht, dass man es mit manchen Kandidaten eben doch nicht besser machen kann. Und deswegen kommt hier jetzt noch die final letzte Aktion. ...sicht das Ergebnis dieses Vorgangs durch das Verfahren, das die Große Koalition nun gestern vorgeschlagen hat, nochmal heilen, rückgängig machen oder richtet das jetzt den nächsten Schaden an? Nein, ich denke, es ist richtig, dass es jetzt endlich eine Verständigung gab darauf, wie man in dieses Wahlprozedere gehen will. Bisher war ja das Armutszeugnis und das Problem, dass die Parteien mit diesem schwierigen Wahlergebnis offensichtlich nichts anfangen konnten. Dass es nicht gelungen ist, dass sich die demokratischen Parteien zusammenraufen, ihre roten Linien einreißen, um irgendwie es hinzubekommen, dort eine stabile Regierung zu bilden. Und stattdessen stolpern alle in diese Wahl, lassen sich mit einem schmutzigen Trick von der AfD aufs Glatteis führen. Unglaublich, was heißt hier schmutziger... Und ich muss sagen, ich wundere es überhaupt... Also dazu wird es auf jeden Fall einen zweiten Teil geben, morgen um 18 Uhr, also unbedingt abonnieren. Ich möchte noch eine Sache sagen, das ist zwar ein älteres Interview, aber es ist so aktuell wie noch nie. Die aktuellen Altparteien sind sich doch spinnefeind. Die SPD, Lindner, Habeck, die reden doch nicht mehr richtig miteinander. Es ist wirklich eine fehlerhafte Kommunikation. Teilweise erfahren die von der Position des anderen im Mainstream-Fernsehen. Das muss man sich mal wirklich vorstellen. Alleine auch da hat ja Christian Lindner gesagt, er findet das schon ein bisschen abartig, dass er teilweise solche Positionen öffentlich im Bundestag hören muss, was Habeck wirklich denkt oder im Fernsehen. Und dementsprechend ist das einfach nur genau das Argument, dass die Altparteien mittlerweile nicht mehr die Richtung kennen und die AfD mittlerweile auch nicht mehr mit den Altparteien koalieren muss, sondern die Werteunion in den Startlöchern steht. Und hier haben sie ja teilweise über 50 Prozent in den Umfragewerten bekommen. Dementsprechend unbedingt abonnieren und wir sehen uns das nächste Mal hier beim zweiten Teil.